Wisst ihr eigentlich, dass wir ganz schön viel Gift konsumieren und eines der schlimmsten Gifte ist der Alkohol. Und damit ihr euch nicht belastet und andere Giftstoffe euren Körper nicht überfordern, zeige ich euch in diesem Video, wie das geht und wie ihr es ganz einfach unterstützen könnt, dass der Körper immer schön rein und sauber bleibt. Damit der Körper, gerade der Stoffwechsel, optimal funktionieren kann, ist es gut, wenn wir ihm dabei helfen, dass er nicht mit zu viel Ballaststoffen beansprucht wird. Und gerade wenn in der Körperzelle eben noch zu viel Müll herumliegt, ist es relativ klar, dass also die Zelle nicht mehr optimal arbeiten kann. Und dazu gibt es ein paar Tipps von mir. Natürlich, Tipp Nummer 1, erst einmal die Lymphe fließen lassen. Warum die Lymphe fließen lassen? Weil das ist eines der wichtigsten Reinigungsorgane, welches wir haben. Und gerade wenn wir Muskelarbeit betreiben, sehen wir jeden Morgen beim Recken und Strecken, das tut richtig gut, lässt die Lymphe fließen und der Körper wird dadurch gereinigt, indem wir also Druck ausüben über die Muskulatur auf die Lymphbahn. Zweitens, macht Esspausen. Denn Esspause führt dazu, dass die Zelle gereinigt werden kann und dementsprechend der Müll los wird. Hat sie immer mit Nahrung zu tun, wie soll sie dann eben ihren Müll loswerden? Und das heißt nämlich letztendlich, Pausen brauchen wir, um die Selbstreinigung der Zelle anzuwerfen. Und dementsprechend ist kalorische Restriktionen sowie eben auch das Intervallfasten, vielleicht so vier bis sechs Stunden Pause, genau die richtige Strategie, um den Müll zu entzahlen. Drittens, sorgt dafür, dass die richtigen Lebensmittel auf dem Teller liegen. Eine Aubergine, eine Artischocke, Granatapfel, eine Grapefruit oder auch Koriander, ein Gewürz, unterstützt die Entgiftungsprozesse. Und ihr wisst ja, müsst ihr auch vorsichtig sein, wenn ihr bestimmte Medikamente nehmt, dass hier Stoffwechselbeschleunigung stattfindet und dementsprechend Medikamente manchmal gar nicht so wirken. Die gute Botschaft ist aber, dann erkennt man das, ja, sie helfen vor allen Dingen. Und wenn ihr dann noch ein bisschen basische Lebensmittel dazunehmend, auch schon mal eine Zitrone oder eben mit vielen Mineralien, gerade mit Calcium, Magnesium und Zink angereicherte Lebensmittel, dann macht ihr vieles richtig. Darüber hinaus natürlich auch thermische Reize, Wechselduschen, warm, kalt. Auch das, wisst ihr, aktiviert den Stoffwechsel, fördert die Durchblutung und dementsprechend findet eine Stoffwechselaktivierung. Und deswegen statt bei Kältereize deutlich eben zu beschleunigenden Durchblutungsprozessen einfach führt. Also fünf einfache Tipps, die euch in die Lage versetzen, Entgiftung zu beschleunigen. Und ihr seht, es ist total einfach. Man muss nur einige grundlegende Dinge beachten. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Stoffwechsel und wie ihr ihn beeinflussen könnt, dann schaut das nächste Video an und vor allen Dingen abonniert den Kanal, bleibt bei uns und schreibt die Kommentare, wie ihr euren Stoffwechsel entgiftet und vor allen Dingen aktiviert.